Herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Unser Verstand ist eine unglaubliche Sache. Seine Macht ist für uns unvorstellbar. Die Grenzen unserer Macht sind uns nicht bekannt, weil wir sie ständig erweitern, um dem zu trotzen, was wir bisher für unmöglich gehalten haben. Aber wenn dies wahr ist, warum haben die meisten von uns das Gefühl, sich ständig abzurackern und dennoch auf der Stelle zu stehen? Warum scheint der große Erfolg immer so unerreichbar zu sein? Wenn unser Verstand wirklich so mächtig ist, was machen wir dann falsch? In diesem Video erfährst du ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das einige wenige Menschen bewusst oder unbewusst anwenden. Es sind solche, die aus dem Nichts kamen, die vorher weder Geld noch Privilegien noch überlegende Intelligenz hatten und doch alle Widrigkeiten überwandten, um sich ein unglaublich tolles Leben aufzubauen. Ein solches Traumleben, das wir uns alle wünschen. Ein Leben voller Liebe, ein Leben voller Fülle, ein Leben voller Freude und Dankbarkeit. Was sind das für Individuen, die bei allem, was sie tun, erfolgreich zu sein scheinen, wo ihnen das ganze Glück in den Schoß fällt? Wie machen sie das? Was ist ihr Geheimnis? Und warum kämpft der Rest von uns weiter, nur um über die Runden zu kommen? Die Wahrheit ist, dass wir alle diese unglaubliche Fähigkeit haben. Wir haben es nur nicht geschafft, sie für uns freizuschalten. Wir irren weiter ziellos durch das Leben, arbeiten hart und kommen dennoch nirgendwo an. Was ist also das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass du dir eine Vision erschaffen musst. Du brauchst eine klare Vision von dir und deinem Leben. Hast du eine Vision davon, wie du in Zukunft sein möchtest? Wie viel Geld du hast? Wo und wie du wohnst und mit welchen Menschen du zusammen bist? Du musst dir einfach vorstellen, wo du in deinem Leben sein möchtest. Und du stellst dir immer vor, als hättest du schon das, was du dir vorstellst. Visualisiere, wie du bereits genau das Leben hast, dass du willst und fühle dich dankbar darüber. Und sobald du diese Vision in deinem Geist erschaffen hast, musst du diese Vision ständig wiederholen, damit sie tief in dein Unterbewusstsein eindringt. Und sobald diese Vision in deinem Unterbewusstsein angekommen ist, wird die unglaubliche Kraft deines Geistes entfesselt. Und ab jetzt wird dein Unterbewusstsein dieses Ziel anvisieren, statt ziellos im Kreis zu treiben. Deine Vision ist so klar und deutlich, dass es dich wie ein Navigationssystem unvermeidlich an dein Ziel bringt. So wird deine klare Vision in deinem Kopf bald zu deiner Realität. Weil dein mächtiges Gehirn die innere Vision mit der außen wahrgenommenen Realität abgleichen wird, bis sie übereinstimmen. Wenn dir das passiert, dann ist es schon eine ziemlich einzigartige Erfahrung. Es gibt dazu aber noch ein weiteres Geheimnis zu lüften. Dein Unterbewusstsein hat eine schwer zu durchdringende Barriere. Die meisten Überzeugungen, die du über das Leben hast, sind seit deiner Kindheit in deinem Unterbewusstsein einzementiert. Und diese zementierten Überzeugungen müssen gelockert und durchdrungen werden, damit deine Vision eingebracht und umgesetzt werden kann. Der schnellste und wirksamste Weg, dies zu tun, ist die Meditation kurz vor dem Einschlafen. In der Dämmerung zwischen Wachen und Einschlafen. In dieser Zeit ist das Unterbewusstsein am empfänglichsten für deine neue Vision und wird sie gerne in sich aufnehmen. Diese Meditation wird dich bei der Erschaffung deiner Vision anleiten. Eine Vision, die es dir erlaubt, alles zu manifestieren. Eine Vision, die es dir ermöglicht, endlich das unglaubliche Leben zu erschaffen, das du dir schon immer gewünscht hast. Das Leben, das du verdienst. So schließe deine Augen und lasse uns beginnen. Und nun erlaubst du dir wieder vollständig loszulassen. So nimm einen tiefen Atemzug ein und lass wieder los. Erlaube dir selbst nun in eine immer tiefere Entspannung zu fallen. Fühle, wie dein Körper all die aufgebauten Anspannungen entlässt, während du in eine noch angenehmere Behaglichkeit hineinsingst. Liege dort nun einfach ganz still und ruhig. Und wo du dir nun erlaubst, dich immer wohler zu fühlen und vollständig entspannt zu werden, da möchte ich, dass du dir eine Absicht für diese Meditation setzt. Diese Absicht ist die Basis deiner Vision. Es ist das, was du wirklich willst von deinem Leben. Frage dich nun also selbst, wie dein Leben aussehen soll, damit es so ist, wie du es haben willst. Male es dir so schön aus, wie du nur kannst. Packe all das, was du von Herzen liebst, mit hinein und schaue, wie es dann aussieht. Und empfinde dich selbst dort mittendrin als aktiver Teilnehmer. Wie fühlst du dich damit? In was für einer Lebenssituation bist du dann? Wo wohnst du? Was ist es für eine Wohnung oder Haus, in dem du lebst? Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Sieh die Zahl deines Kontostandes jetzt für dich als Bild vor deinem geistigen Auge. Wie gesund bist du und in welchem Zustand ist dein Körper? Mit wem bist du zusammen? Was fährst du für ein Auto? Welche Menschen sind deine Freunde? Bekomme das vollständige Bild dessen, was du wirklich willst in deinem Leben. Die Frage nach dem, wie du das erreichst, ist unwichtig. Denn dein Unterbewusstsein wird dich dorthin führen und das Wie wird sich automatisch ergeben im Prozess. Die Formel lautet, denke, fühle und handle immer im Sinne deiner Vision. Was willst du also wirklich von deinem Leben? Stelle dir dieses Bild bei jedem Male, wo du dies hörst, immer deutlicher vor. Formel dir die Vision deines Traumlebens von Mal zu Mal immer mehr zu seinem Optimum und halte dieses geistige Bild sehr deutlich und lebendig vor deinem geistigen Auge. Und mach es dir zur Gewohnheit, dieses Ideal ständig in deinem Bewusstsein zu halten und dich darüber zu freuen. Und wenn du einen tief entspannenden Atemzug einnimmst, dann möchte ich, dass du dieses Bild tief in dich hineinsaugst. Und beim Ausatmen, wenn du es wieder entlässt, dann lasse das Bild in das Universum hinaus senden. Atme also tief ein. Und lass es gehen. Du hast die Vision deines zukünftigen Lebens nun für einen Moment losgelassen und voller Vertrauen abgeschossen wie einen Pfeil, der nun in sein Ziel treffen wird. Sieh und fühle diese Absicht nun hoch über dir. Sieh, wie sie weiter und weiter aufsteigt, höher und immer höher, bis nichts mehr zu sehen ist, bis es in die Wolken entweicht, in die obere Atmosphäre und auch noch aus deinem Verstand verschwindet. Und nun erlaubst du dir selbst vollständig loszulassen. So nimm noch einen tiefen Atemzug ein. Und lass wieder los. Erlaube dir selbst nun, in eine immer tiefere Entspannung zu fallen. Fühle, wie dein Körper alle Anspannungen entlässt, während du in eine noch tiefere und angenehmere Behaglichkeit hineinsingst. Liege dort nun einfach so still und ruhig. Fühle, als würdest du so tief in die Entspannung eintauchen, als ob du in den Grund unter dir hineinsingst. Und du kannst beim nächsten Ausatmen alle noch verbliebenen Anspannungen aus deinem Körper entlassen. Und ganz und vollkommen losgelöst wieder aus. Fühle, wie sich deine natürliche Entspannung nun immer weiter ausdehnen kann. Erlaube dir jetzt voll und ganz in diesem Moment zu sein. Und weiter erlaube dir selbst nun, mit jedem Atem ein und aus, alle Gedanken aus deinem Geist loszulassen. Lasse sie ganz natürlich kommen und wieder gehen. Wenn du so hoch konzentriert in diesem Moment bist, dann könnten die Gedanken langsamer und unauffälliger werden, bis sie sich schließlich komplett ausblenden und sich eine tiefe Ruhe bereit macht. Vollständig im Moment zu sein heißt, ohne etwas anders haben zu wollen, genau das wahrzunehmen, was da ist. Es fühlt sich so gut an, genau hier zu sein, in diesem Moment. Und wo du nun einen letzten tiefen Atemzug einnimmst und ihn wieder entlässt, Da fühlst du dich nun schon so angenehm und so entspannt. Du singst immer tiefer in den Grund unter dir hinein. Und aus dem Gefühl dieser tiefen Entspannung könnte sich nun ein Gefühl von Schwerelosigkeit entwickeln. Im Bemerkung wunderbar entspannender und kribbelnder Wahrnehmungen ausgehend von deiner Brust. Du schaust hinunter auf deine Brust und bemerkst ein helles Licht, welches auf dich scheint. Das wundervolle Licht bringt dich nicht nur immer tiefer und tiefer hinunter in die Entspannung und Geborgenheit, sondern es hebt deinen Körper auch empor und fühlt sich an, als ob dein entspannter Körper nun über dem Grund unter ihm aufsteigt. Nun kennst du noch nicht die Quelle dieses Lichts. Du spürst nur, wie eine gewisse Neugier dich dorthin zieht, um alles zu erkunden. Du kannst eine Stimme in deinem Inneren wahrnehmen, die dich auffordert, ihr zu folgen. Und so folgst du dieser inneren Stimme. Dabei fühlst du jetzt, wie du jetzt noch höher aufsteigst. Die Decke über dir wird durchscheinend und du erlaubst dir, den wunderschönen Nachthimmel mit seiner unendlichen Weite anzusehen und spürst dabei, wie du langsam und gemächlich beginnst, schwebend zur Decke aufzusteigen. Und du steigst, geführt durch dieses wunderbar kraftvolle Licht, weiter und weiter auf. Und schon bald tauchst du von unten in die Wolkendecke ein und spürst, wie die Luft kälter wird. Der Nebel der Wolken hinterlässt eine feuchte Schicht an der Oberfläche deines Körpers. Während du weiter nach oben steigst, immer höher durch die langsam fließenden Wolkenmassen, da ist die Luft nun so frisch und sauber. Und du atmest weiter, ganz langsam nun, bist immer dabei, höher aufzusteigen, bist geführt aus der Quelle deines Herzens. Du bemerkst, wie der Horizont die gekrümmte Form der Erde zeigt, wo du nun höher und noch höher aufsteigst, sogar bis außerhalb der Atmosphäre. Es gelingt dir ganz mühelos, schneller und schneller immer weiter aufzusteigen, je näher du der Quelle dieses wunderbaren Lichtes kommst. Höher und höher schaust du, wie all die leuchtenden Sterne vorbeifliegen und all die farbenfrohen galaktischen Nebel, die sich um dich herum formieren und aus dem Blick verschwinden, während du an ihnen vorbeiziehst. Du kannst fühlen, wie du dichter und dichter an dein Ziel kommst, wie du dichter zu der Quelle dieses Lichtes hingezogen wirst. Es fühlt sich an, als seist du immer dichter an deinem wahren Zuhause. Die Sterne fliegen nun so schnell vorbei und erscheinen dir wie millionenfache Streifen am Himmel. Die Quelle des Lichtes wird größer und größer, umso dichter du zu ihm kommst. Immer weiter gehst du raus, schneller und schneller bewegst du dich fort. Und wie du der Quelle des Lichtes näher kommst, da erscheint es dir, dass du den Rand erreicht hast, den Rand der Existenz, wo dein Sein zu einem sanften Halt kommt, wo du in der Gegenwart dieses dich führenden Lichts die Quelle aller Dinge siehst. Du hast dein Ziel erreicht. Aber warum wurdest du hierher geführt? Fühle diese kribbelnden Gefühle des Lichts, wie es von deiner Brust aufsteigt und sich langsam an deinem Körper nach oben bewegt, an deinem Hals vorbei und an deinen Lippen vorbei, um letztendlich auf deinen Augen zu landen. Dieses Licht blendet dich nicht. Es zeigt dir deine Vision. Hier ist es, wohin du deine Absicht gesendet hast. Hier ist es, wo deine Absicht nun Realität wird. Schau in das Licht und erschaffe deine Vision, indem du sie fühlen kannst. Erschaffe nun deine Vision, in der deine Absicht mit deiner Realität verschmilzt, wo deine Träume Wirklichkeit werden. Wie fühlt es sich an, wenn deine Vision Wirklichkeit geworden ist? Wie glücklich und dankbar wird es dich machen? Wiederhole noch einmal, wie dein Leben aussehen soll, damit es so ist, wie du es haben willst. Wie siehst du darin aus? Wie fühlst du dich dann? In welcher Situation bist du dann? Wo wohnst du dann? Was ist es für eine Wohnung oder Haus, in dem du dann lebst? Wie viel Geld hast du dann auf deinem Konto? Sieh dir nochmals die Zahl deines Kontostandes an. Visualisiere für dich und erschaffe die Vision der Verbesserung deines Lebens, was für dich erstrebenswert ist. Sieh dich nun selbst dabei, das Leben deiner Träume zu leben. Du lebst ein absolut lebenswertes Leben. Sieh es nun selbst. Sieh an, was du geschaffen hast. Sieh dich selber nun in dieser Vision. Fühle, wie es sich anfühlt, genau das zu haben, was du beabsichtigt hast zu haben. Wisse, dass diese Vision, die du erschaffen hast, dazu bestimmt war, erschafft zu werden. Diese Vision ist die Form für deine zukünftige Existenz. Diese Vision wird Realität. Was du in dieser Vision siehst, wird deine Realität. Auf einer anderen Ebene ist es bereits existent. Die Vorstellung, all das in deinem Leben zu haben, macht dich froh und dankbar. Lasse diese Gefühle in dir arbeiten und dich motivieren, damit du deinem Gefühl mit den richtigen Handlungen Ausdruck verleihst. Und so wirst du immer effektiver deiner Zielvorstellung entgegen gehen. Was du fühlst in dieser Vision wird jetzt deine Realität. Sieh jedes Detail und fühle es nun. Genieße diesen Moment, wo du genau weißt, dass es deine Realität wird. Du lässt dich ganz begeistert zu deinem Traumziel hintreiben, indem du liebst, was du tust, weil du weißt, warum du es tust. Und dein Erfolg wird riesig sein. Dein Gefühl des Glücks gibt dir die Sicherheit und die Motivation, alles Notwendige zu tun, um dein Ziel ganz sicher zu erreichen. Und es wird sich alles automatisch arrangieren. Es geschieht durch dich, aber wie von Zauberhand. Als das Licht beginnt, sich von deinen Augen aus zurück runter zu deiner Brust zu bewegen, da lässt du dich fallen und erlaubst dir nun, deine Vision loszulassen. Und wo du nun immer weiter hinunterfällst, da wirst du immer müder und immer schläfriger. Umso weiter du dich fallen lässt, desto müder und schläfriger wirst du. Je weiter hinunter du fällst, desto müder wirst du. So weit runter, so weit hinunter, wo du die Atmosphäre der Erde spürst, wie sie deinen Körper umfasst. Falle weiter in die Entspannung, falle durch die Wolken und durch die durchscheinende Decke und wieder ganz sanft in dein Bett. So schläfrig nun und so müde. Erlaube dir einfach einzuschlafen. Schlafe nun ein. Schlafe einfach ein. Ich erschaffe die erstaunlichste Visition und meine Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Visionen verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, und was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen. Und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Vision, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Vision, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen. Und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Vision, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Vision, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen. Und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich wahr. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich erschaffe die erstaunlichste Vision meines Lebens. Meine Vision wird zu meiner Realität. Meine Träume werden wahr. Mein Leben ist voller Fülle. Ich manifestiere, was ich wirklich will in meinem Leben. Ich habe die unglaubliche Fähigkeit, genau das anzuziehen, was ich will in meinem Leben. Ich habe den Mut, eine außergewöhnliche Vision für mich zu erschaffen. Ich habe die Fähigkeit, meine Visionen mühelos zu manifestieren. Mein Leben ist voller Liebe. Mein machtvoller, unbewusster Geist bringt mir exakt, was ich visualisiere. Ich erlaube wundervolle Dinge in meinem Leben. Mein Leben ist voller Freude und ich lasse die Kontrolle los. Ich akzeptiere all die Wunder des Lebens, so wie sie erscheinen. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich lebe ein unglaublich schönes Leben. Ich bin gehüllt in grenzenloser Dankbarkeit. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Ich lebe das Leben meiner Träume. Ich bin so dankbar für alles, was ich empfange. Alles, was ich tun muss, ist eine Vision für mich zu erschaffen und es wird meine Realität. Ich habe die Fähigkeit, all die Möglichkeiten um mich herum zu sehen. Die Visionen, die ich erschaffe, werden unweigerlich warm. Ich bin so dankbar für das wundervolle Leben, was ich kreiere. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass ich die Visionen manifestiere, die ich erschaffe. Ich durchbreche die einschränkenden Überzeugungen und erschaffe neue, kraftvolle Überzeugungen von Erfolg, Fülle und Liebe. Ich weiß, dass ich meine Vision verwirkliche durch Gedanken, Gefühle und Taten. Ich habe die richtigen Gefühle für meine Visionen, die mich genau das Richtige tun lassen. Ich werde absolut sicher zu meinem Ziel geführt. Ich bin so glücklich und dankbar, weil ich weiß, wo ich bald schon bin. Ich bin so glücklich und NEil vorne decimal, dass ich meine Visionen Cruise eine 없ere, weil dieose, die hier in der Welt bereitsteilung jafقة. Ich bin so glücklich und ansprach. Ich bin so glücklich und wiwright, heute in der Welt. Ich bin so glücklich und probabel 바�谁. EACH PAGE Untertitelung des ZDF, 2020